In meinem Benz, heute ist wieder Ghetto-Präsidentin, in meinem Benz, rase ich zu meinem Engel, ich bin nur ja. Ich kriege da nach der Hunde seine Nummer. Können wir uns den Bus suchen? Ne, ist heute nicht. Oi, 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 si. Ah, von, geschau meine Freunde. Ihr habt gut geschlafen, ich habe auch gut geschlafen. Ich habe Baguette frisch aus Frankreich, 100 Jahre Garantie. 100 Jahre, ihr habt eine gute Qualität. Du kannst essen, Baguette. Ist wirklich gesund? Es wäre gefuckt. Baguette, ihr könnt essen. Wir haben Baguette. No, 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 no. Ah, ja, ja, du Schlinge. Du bist aber Baguette. Du haben wir Baguette. Siehst du? Okay, ich stehe dir bei dir. Yo, Leute, und damit wie immer auch ein herzliches Willkommen zu diesem neuen YouTube-Video, Leute. Ich würde sagen, Leute, dieses Video ist wahrscheinlich mir das extremste Video hier auf diesem Kanal, Leute, weil ihr glaubt. Ich passe bitte, dass ich nehme das Intro gerade im Nachhinein auf, Leute, deswegen wundern, wenn ich was anderes anhabe und so. Aber, Leute, ihr müsst das Video bis zu Ende. Ich habe einfach bei einem Trios gespielt und habe einfach 8-Jährigen getroffen. Was denn mit Engelsturz, Leute? Es ist so crazy abgegangen, Digga. Ihr glaubt nicht, was passiert ist, Leute. Ich habe das Video unbedingt bis zum Ende, Leute. Ansonsten habe ich mir was Cooles überlegt, Leute. Und zwar werde ich ab und zu fort in den nächsten Videos drei Leute im Video grüßen. Wenn ihr auch gegrüßt seid, wollt ihr, lasst einfach einen Kommentar hier da und lasst ein Abo und direkt, Leute. Ansonsten würde ich sagen, grüßen wir jetzt schon schnell die ersten drei Leute in dem Video. Wenn wir ins Video geschafft, hat es der Amadurak, einmal der Galaxy Pod 4 2 YouTube und einmal der Niko Frauen. Und auch an dich herzlichen Glückwunsch, du bist auch im Video. Ansonsten, Leute, würde ich nicht so lange brabbeln. Gauen wir die Beauty-Videos. So, Leute, ich bin jetzt gerade in der Runde Random Squats, beziehungsweise besser gesagt, eine Runde Random Trios mit englischen Leuten. Und ich hoffe einfach, sie ist gut gelaunt. Ich würde sagen, ich ermüge mich gleich. Ich habe einfach gedacht, wenn es so langweilig ist, wir machen einfach eine entspannte Runde Trio. Und ich schaue, ich ermüge mich auch gleich und schaue, ob dieser Random Mate hier reden kann, Leute. Ich würde einfach eine Runde zocken, mal schauen, wie englisch ein Gelauntes nach dem Ganzen ist, so, ob es mich noch mag, weil sie war ja letztens ein bisschen angepisst auf mich so. Und wenn wir einfach noch mal reden, alles klarstellen, dass tatsächlich alles gut zwischen uns ist und so, dann würde ich sagen, ich riebe mich direkt, let's go. Hallo, hallo, Englischen, bist du da? Klar bin ich da, hi. Luell? Hallo, hallo, kann ich sein? Oha, Bruder, dein Mikrofon, auh. Herr Bruder, wie alt bist du denn, Digga, wer bist du denn? Ich bin der Jimmy und ich bin, ich bin, ich bin etwas nochmal. Ah, ich bin sechs. Ja, erstmal kurz vergessen, wie alt man ist hier. Du bist sechs, sagst du. Das ist ja voll süß. Sex, ja, das ist Englischen, ey, Englischen, so, ist eigentlich wieder alles gut zwischen uns. Ja, ja, hä, hä, braun, okay, ja, gut, Englischen, wau, wau. Englischen, hä? Englischen, kriege ich, kriege ich, kriege ich da, nach, nach der Runde dann Nummer. Ey, jetzt chillt mir ein bisschen, okay? Ey, ey, Jimmy, ich weiß ja gar nicht, Jimmy, halt, du bist so, ich glaube, Sex hast du gesagt oder so. Ich habe doch gesagt, dass Sex sind. Ja, Bruder, aber nur mal so, weißt du, dass, Bruder, du bist Sex, Digger, Chimba bist du, okay, Digger, übertreib mal nicht. Ja, Ro, entschuldige. In meinen Benz, da vorne ist wieder getrofft, in meinen Benz, da rastest du mein Engelchen, oh ja. Ähm, Bro, wie süß. Ey, ey, Chimba, Chimba, Bruder, mach dir mal jetzt nicht so an, Digger, ist das gut jetzt, okay, wir haben verstanden, Benz, okay? Digger, lass uns mal, okay? Ja, ja, Sex, okay, Engelchen, ey, komm. Kommt, Digger, Leute, er ist Sex, das ist wieder ein Engelchen, Digger. Ja, ähm, Brudi. Können wir uns den Bus suchen? Nee, das sollte nicht, nee, 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 Bruder. Warte mal, sonst ist der Lumen sauer, wenn wir alleine sind, okay? Nee, 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 ey, Chimba, Bro, es ist gut, jetzt übertreib dich, Chimba, okay? Guck mal, da ist ein Anker von meinem Onkel, das Onkel Ankermann. Oha, hä, ist dein Onkel Angler oder so? Dann ist der ja eigentlich voll reich, ne? Nein, mein Onkel ist doch Onkel Ankermann. Digger, Engelchen, du spielst so Geierst, Digger, jetzt lass sie doch, er ist Sex, Alter. Geierst du an, ich helfe, wir sind doch gerade auf dein Onkel sein. Ey, ja, Chimba, Bro, jetzt sag mal, Bro, du zockst eine runde Trio jetzt. Wie, wie, wie hast du irgendwie Geschwister oder so, Digger, oder wie ist es bei dir so? Ja, eine kleine Schwester. Schwester, okay. Warte mal, ist die nicht groß? Ja, die ist, ach, die ist größer als ich. Mhm, okay. Aber sie hat kein Bruder vor ihm. Okay, okay, also du bist, also du sagst, du bist Sex. Welche Klasse gehst du da jetzt? In welche Klasse gehst du? Äh, in die zwölfte Klasse. Ja, Mann, zwölfte Klasse, ja, Chimba, du siehst direkt aus wie zwölf. Du hast einen schönen fetten Bartwuchs und sowas, ne? Ja, ich hab zwar einen Schnurrbart. Du hast einen Schnurrbart, ah ja. Du hast einen Schnurrbart, Digger, was labert ihr da, Leute, Digger. Engelchen, komm mal, was ich mache. Digger. Ja, eben, hä? Digger, Junge. Ja, nein, hör noch mal auf, Digger. Ey, Chimba, ey, jetzt lass sie doch, Digger, ey, du kennst sie nicht mal. Digger, versuch's, Junge, ich hab dich durchschauen, Digger. Versuch's, versuch's, du sie grad zu klären, du kleiner Schlingel, Digger. Du kleiner Schlingel, Bruder, du bist sexy, Alter. Guck mal, da ist ein 10er Wolf. Ja, ja. Äh, Wildschwein. Es war ein Wolf, egal, Wildschwein, ja, okay, okay. Ja, moin. Guck mal, da ist ein Busch. Ja? Oh, warte mal. Nee, nee, nichts Busch da, Digger, hallo. Digger, Engelchen, Digger, jetzt lass ihn doch. Was denn? Was soll das? Ich will dir noch mal zeigen, wie ich tanzen kann und so. Nee, 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 nein. Ey, Chimba. Ja, 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 warte mal. Du tust, GTA, Chimba, das ist aber eigentlich nichts für so kleine Kinder wie du, ne? Also... Ja, der ist doch voll der Gangster. Der ist doch recht zum Salzstangen. Ja, ich bin der größte Gang, über Wack-Cola. Guck dir, was hast du da eigentlich für ein Scan, Alter? Ich trinke schon Capri-Sonne. Ich bin der größte Gangster. Ja, Chimba, großer Gangster, du trinkst Capri-Sonne, Digger. Aber... Und Strause. Und Brause, ja, Leute, ja, ist ein richtiger Gangster auf jeden Fall. Kula darf ich nicht trinken, aber Spezi. Ah, Spezi. Erwachsene-Cola, ne? Ey, Leute, ich hab das mühste Gefühl, er rennt die ganze Zeit zu Englisch hinterher, Digger. Ey, Digger, ey. Geh weg. Darf hier nichts mit Hackfleisch hin. Hallo, ich darf machen, was ich will, okay, Digger? Darf du nicht? Ey, Englisch, lass mal gehen. Der Typ ist ein kleiner Weirdo, Alter. Da ist real der Boy. So süß, der kommt nicht, okay? Okay, von mir aus, Digger. Du hast ja nichts zu suchen. Ich hatte Chimbi... Weißt du, was das ist? Weißt du, was ich in der Hand habe? Das ist eine Waffe. Meine nicht vorhandene Ehre. Meine nicht vorhandene Ehre. Guck mal, du bist dieser Fuchs hierhin. Okay, ja, Chimbi. Hier ist du, lieber, erst mal, Digger. Fuchs, wo bist du? Komm her, guck mal. Mama, kein Feishaben bekommen. Ja, und? Oh, Digger, nein, nein, nein. Aha, ja, guck mal, Chimbi, ne? Mama, ich kann dir nicht hierhin. Ja, du kannst nicht hierhin, ja, wow. Guck mal, du bist dieser blöde Fuchs. Guck mal, was wir jetzt mit dir machen. Digger, Englischen... Du, lass einfach... Sie müssen in die Zone, jetzt kommt doch in die Zone, Digger. Deine komische andere Freundin. Ey, die ist nicht komisch, die ist korrekt. Weil du einen magst, weil du Englischen nicht magst. Du darfst sie nicht mal Englischen nennen, Digger. Englischen, du darf nur ich dich nennen, ne? Nein, sie ist mein Englischen. Wusstest du, dass du voll schön aussiehst? Ja, ja, das weiß ich. Ja, du auch. Ja, Englischen, jetzt, aber... Ja, okay, lass den Beuder, der ist grad so auf, Kala. Lass gehen, Digger. Englischen? Nein, du solltest sie nicht so nennen, jetzt begreifst du. Du bist viel schöner aus als... Ja, aber hast du schon recht. Also nö, ich... Auch für den Müll haufen. Für den Müll haufen sehe ich auch. Lumi? Ja. Ja, Lumi heiße ich, wie mein Epic-Name, ja, also... Ja, ich bin krass. Das ist krass. Oh, guck mal, da ist ein Krass da. Nein, Tittin, ich hab was Leckeres für dich. Ich hab was zum Essen. Aua, der will mich essen. Der isst mich. Ey, du, helf mir. Ey, Timmy. Willst du mir? Au, Timmy. Sie wollen mich haben. Mich auch. Ja, verweif es. Hilf mir, erzähle ich den. Du musst dich töten. Hau. Aua, 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 Aua. Ich helf dir aus, dass du weißt, okay? Owa, oh, oh, oh. Was ist dir lustiger? Englisch, nein. Hau ab, komm mit Englischen. Das ist ein Wölfe. Nein, das ist noch gesehen. Ja, äh, 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 äh. Ja, 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 äh, 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 äh. Oh, nee. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Sie wollen mich im Wasser, Sie wollen mich im Wasser. Warum können die Schwimmen? Warum können die Schwimmen? Nein, warum können denn Wölfe schwimmen? Englische, nein, wo war ich mich? Ich hab Dornen sind egal, wo war ich mich? Warum, warum, warum? Könnt die Dinger? Warum? Englisch, lass ihn stehen. Fangen auf! Ja, moin, Digga. Ey, Jimmy, kann ich dir eine F.A. schicken? Komm, lass dir eine Runde zocken, Jimmy. Okay, eine schnelle Runde. Okay, Jimmy? Okay, lass dir eine neue Runde, endlich, Bruder. Okay, bis gleich. Ey, Leute, wir sind jetzt gerade in der neuen Runde und der Typ der F.A. ist irgendwie ein Kack, Digga. Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, 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 ja. Ja, kann man dir helfen? Ja, äh, Jimmy, Bruder, was singst du da? Das, was du nicht singen kannst. Ja, cool, Digga, aber was, Digga, was solltest? Was zum Kack farsest du da, Digga? Was macht dein Englischen da, Digga? Englischen, was machst du da unten? Komm, Juni. Ja, besser ist es. Schönheit braucht ihre Zeit, okay? Schönheit braucht ihre Zeit, ja. Ja gut, aber dann würde ich sagen... Nee. Wie ne? Ne? Was ne? Ne. Wolde, 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 wolde. Ba, bam, ha, 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 ha. Geil, der läuft er. Was machst du da, Jimmy, Digga? What the fuck, was ist los für dich? Lass ihn doch. Ja, ist okay, ey, die sind schädlich. Nein, ich mach sie da. Jimmy, Digga, was zur Hölle machst du da? Wir müssen jetzt ohne Jimmy. Digga, Jimmy, ich glaub, das ist nicht gut für dich, oder? Vielleicht lieber, vielleicht ein bisschen Buchstaben und so lernen und sowas. Was hättest du davon, Jimmy? Da ist ein Wolf. Hallo. Guck mal, da ist ein Raptor. Die werden jetzt mein Haus hier. Ich fütter sie mit Lumi-Sleisch. Ja, Jimmy, Bro. Hey, Bruder. Engelschen, Bruder. Ja? Ja, hallo. Du hättest. Ey, Jimmy, Digga, lass sie doch. Was machst du denn mit dir? Lass sie doch einfach. Ey, sie ist doch ganz normal. Digga, ich hab dich zu schauen. Du flirst es mit ihr. Hör doch auf damit, Digga. Jimmy, du kleiner Schlingel, Digga. Versuchst du hier einfach, sie zu klären, Digga. Als nächstes versuch ich den Schulterpatz von Spider-Man. Er hat geklappt. Meine Augen gingen weg kaputt, weil du so schön glänzt. Digga, Jimmy, es reicht doch jetzt, Digga. Hör doch auf jetzt, mit ihr zu flirten, Digga. Es reicht doch auch jetzt, Digga. Weil ihr reicht. Hey, ist der Begleit. Hilfe, Chrissy. Ja, besser wird es. Ey, nee, ey, ich bin noch ein bisschen enttäuscht von dir. Nein, Digga, ist immer süßer, Digga. Nee, Engelsch, ich bin noch ein bisschen enttäuscht von dir. Wenn du dich aufregst, dann geh doch einfach mal. Ey, ich will ihn, Digga. Er ist hier süßer, ja. Ey, Engelsch, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, dass du so mit Stigger erst f*** Sex, Alter. Nee, Engelsch, ich bin noch ehrlich, Digga. Hilfe. Ich hab da absolut keinen Bock drauf, Digga. Nein, tschüss. Ja, tschüss, Jimmy. Digga, Leute, Digga, sie fluchtet einfach mit ihm. Digga, nee, Mann. Da hab ich keinen Bock drauf. Ehrlich nicht.